Das Gepardenpaar Simboti und Padea im Saarbrücker Zoo hat ein neues Haus bekommen. Der Neubau ersetzt das bisherige, etwa 40 Jahre alte Haus im rund 700 Quadratmeter großen Gepardengehege. Mit rund 45 Quadratmetern bietet es den beiden Geparden etwa doppelt so viel Platz wie der alte Bau. Geparden sind in der Regel eher anspruchslos, aber sie haben es gut angenommen. Vom Aussichtspunkt zwischen dem Giraffen- und dem Gepardengehege können Besucher das gesamte Gehege überblicken und Simboti und Padea beobachten.